So, da sind wir wieder. Heute ist Donnerstag, vierter Handelstag der Woche, der Tag nach der Fed. Unter, ja sag ich mal, Einfluss der Fed gab es ja gestern unheimlich viel Bewegung am Abend in den US-Märkten, also auch im Währungsbereich Euro, US-Dollar beispielsweise. Da gucken wir auch gleich mal rein. Es war grandios, was dort passiert ist. Und da sieht man mal wieder, welche Macht die Zentralbank hat, eine, ja sag ich mal, Bewegung an den Märkten in die eine oder andere Richtung auch zu initiieren. Das sprechen wir gleich durch. Erst einmal von meiner Seite her auch einen schönen guten Morgen an alle, die hier live zuschauen. Auch danke für die guten Morgen. Grüße Rolf, Elena, André, Olaf. Wir schauen jetzt hier gemeinsam in die Märkte rein und können gerne auch den ein oder anderen Wunschchart an dieser Stelle beleuchten. Bevor wir das tun, ganz normal der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle natürlich auch wieder zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Die weiteren Dinge sind hier auch mit aufgeführt. Jo, was machen wir dann? Dann machen wir ganz normal die Tagesvorbereitung. Heute steht hier drüber Auszug. Warum? Ich habe das, was heute hier los ist, worauf wir immer mal so ein bisschen schauen, einfach nicht auf den Bildschirm draufgeklickt bekommen. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal rein ins Web. Ich hole mal eben den Nachrichtenkalender mit ins Bild hinein hier und da sehen wir, was wir heute hier an dieser Stelle alles bekommen werden. Wir haben heute Nacht schon ein paar Nachrichten aus China bekommen. Ihr wisst oder Sie wissen, China ist momentan auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr stark von den Märkten beachtet, sonst auch immer. Aber wir haben ja immer noch diese Besonderheit, in Anführungsstrichen sage ich mal, dass es so, naja, die Verhandlungen zwischen China und den USA gibt. Also Thema Handelsstreit. Und da schaut man natürlich ganz genau darauf, wie wirkt sich das denn auf die Wirtschaftsleistung von China auf. Und deswegen haben wir hier immer wieder wichtige Nachrichten, auch aus China und die nehme ich, habe ich gesagt, auch immer wieder hier mit rein. Wir haben heute Nacht den Einkaufsmanager-Index bekommen und wir sehen es hier an den grünen Zahlen. Einmal für das verarbeitende Gewerbe und dann für das Dienstleistungsgewerbe. Beide Bereiche lagen über den Erwartungen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen an dieser Stelle, dass wir hier nicht drunter gelegen haben. So, was kommt jetzt noch? Wir hatten hier was Wichtiges aus Deutschland, die Einzelhandelsumsätze für den Monat Dezember. Dezember ist ja auch ein Weihnachtsmonat. Prognose war hier ein Rückgang von 0,5 Prozent. Wir sehen es 4,3 Prozent Minus. Das ist schon derbe mehr als das, was die Erwartungen gewesen sind. Schauen wir mal, was der Markt nachhaltig hier daraus auch macht. Was gibt es noch? Hier bei uns heute aus Deutschland haben wir das Thema Arbeitslosigkeit auf der Uhr. Um kurz vor 10 gibt es die Arbeitslosenzahlen hier bei uns aus Deutschland. Wir sehen es auch. Es wird nicht wirklich was Gravierendes an Änderungen erwartet, was die Arbeitsquote auch angeht. Lassen wir uns da mal entsprechend überraschen. Um 11 Uhr geht es dann weiter mit dem Bruttoinlandsprodukt aus der EU. Das Ganze hier und um 11 Uhr auch noch die Arbeitslosenquote für den Monat Dezember aus der EU. Und um 11 Uhr 15 spricht ein EZB-Mitglied. Dann wechseln wir mal in den Nachmittag hinein. Hier geht es um einige Nachrichten zum Thema Konsumentenausgaben. Da kriegen wir um 14.30 Uhr Informationen darüber. Dann haben wir das Thema der Arbeitskosten. Die schlagen ja bei den Unternehmen auch zu Buche. Da muss man einfach schauen. Das hatten wir in Biesburg ja auch schon immer mal gesehen. Wie verändern sich denn die Kosten und können diese Kosten von den Unternehmen gut getragen werden? Preissteigerung, Lohnsteigerung ist alles kein Problem, wenn sich das Ganze trägt. Hier bekommen wir ein paar Informationen aus diesem Bereich. Um 14.30 Uhr gibt es dann auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir bekommen auch noch die Informationen zu den Privatausgaben. Auch immer wichtig der Konsum in den USA ist ja ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gute Zahlen hier sprechen auch für ein gutes Ergebnis. Was bekommen wir noch? Um 15.45 Uhr gibt es den Chicago Einkaufsmanagerindex. 16.00 Uhr gibt es ein wichtiges Thema auch gerade in den USA. Das Thema der Verkäufe neuer Häuser. Somit also dazu. Und um 17.00 Uhr spricht Bundesbankpräsident Weidmann. Also das die Riesenlatte an Nachrichten für heute. Wir haben hier einiges auf der Uhr, was für gute Bewegung in den Märkten sorgen kann. Und für richtig, richtig tolle Nachrichten hat ja gestern auch die FED gesorgt. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier haben wir noch die Aussage hier von einem Analysten, der das Ganze mal auf den Punkt gebracht hat. Und hier sieht man einfach ganz klar, wie die zurückhaltenden, die zögerlichen, ausfallenden Worte der FED plötzlich den Turbozünder für die Märkte und den US-Dollar eingezündet hat oder losgestartet hat. Und dann hat es richtig geknallt in den Indizes bzw. auch im US-Dollar. Der US-Dollar übrigens hat mir auch dann im Nachgang noch einen Strich durch eine Handelsidee für den heutigen Tag gemacht. Diejenigen, die schon mal einen Blick geworfen haben. Ich hole mal kurz die Website noch mit drauf. Ich stelle hier jeden Morgen die Tagesideen mit hinein im Blog. Und da gibt es normalerweise immer drei Ideen. Und man legt sich ja so die wichtigsten Sachen immer am Abend vorher auch zurecht, bereitet das Ganze schön vor. Ich hatte heute auch noch Euro, US-Dollar drinnen. Aber man sieht, sonst habe ich immer drei Währungsbaare. Nicht wundern. Es hat zerschossen. Ich hatte heute Morgen keine Zeit mehr, noch nach einer dritten Handelsidee zu schauen. Wir sprechen heute über den Euro, US-Dollar. Aber nicht wundern. Heute ausnahmsweise zwei Handelsideen. Weil die dritte ist völlig in Rauch aufgelöst worden. Nach dem, was die FED hier entsprechend auch gesagt hat. Und damit gehen wir mal rein in die entsprechenden Handelsideen. Ich mache gleich mal auf hier an dieser Stelle die Charts. Hier sehen wir mal eben noch den Dow, wie der gestern reagiert hat. Hier, das ist echt interessant zu sehen, wie das passiert ist. Hier gestern, da war die Kerze. Das war die Kerze, wo die Fettsitzung reingestoßen ist. Pam! Schaut euch das an. Es hat einfach nur geknallt. Da gab es den Schub nach oben. Und das hat natürlich massiv die Indizes hier nach oben bewegt. Gut, jetzt sehen wir so ein bisschen Gegenbewegung. Das ist völlig normal. Wir warten mal ab, was hier passiert. Aber spannend echt zu sehen, was dort auch mit los ist. Es ist Christian Holger von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal kurz noch in den Euro rein, in den Euro-US-Dollar. Da kann ich gleich mal noch die Situation schildern, wie ich sie gestern in der Marktvorbereitung oder in der Vorbereitung, wo ich mir so gewisse Sachen auch zurechtgelegt habe, für den Folgetag auf der Uhr hatte. Und da hatten wir hier hinten dran die Situation, dass wir sozusagen lange, lange, lange Zeit hier gebastelt haben. Hier, wir hatten den letzten Schwung nach oben. Wir hatten hier nochmal einen Schwung hoch. Und plötzlich fing der Markt an, hier nach unten zu drehen, so Stück für Stück. Das sah so ein bisschen aus wie eine Konsolidierungsformation, beziehungsweise wie eine Umbruchsformation. Wir haben das hier für den kurzfristigen Bereich gesehen. Hier oben an dieser Stelle dieses Doppeltop. Und da sah alles danach aus, dass wenn der Markt nach unten wegbricht, dass wir wieder die Richtung nach unten einschlagen. Und dann, tja, dann kam die Fett und hat nach oben geknallt. Und hier sehen wir es. Da macht natürlich das keinen Sinn, das Ganze hier an dieser Stelle so zu beobachten. Jetzt haben wir hier, wenn wir das Ganze mal sehen, auf Tagesbasis einfach nur eine schöne, ja, wie soll ich sagen, Fahnenstange. Hier, wir hatten zuerst die Fahnenstange nach unten. Die hat hier unten in dem Bereich um die Marke von 1,12,9 ihr Ende gefunden. Und danach ist die nächste Fahnenstange gekommen nach oben. Die läuft jetzt massiv nach oben. Gestern, wie schon gesagt, der Spike, wir haben es gesehen hier, in den kleinen Einheiten sind wir hier unter die Tiefs oder beziehungsweise unter die Korrektortiefs der Stunde gelaufen. Haben so ein bisschen Abwärtstendenz gezeigt. Dann hat der Markt durch die Nachrichten alles negiert. Und da sehen wir auch mal wieder, wenn wichtige wirtschaftliche Nachrichten kommen, dann hat die Markttechnik, die Dau-Theorie, die Trendtechnik, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte, einfach keine Relevanz. Da schiebt der Markt einfach in eine Richtung und fertig ist. Jetzt läuft es hoch. Spannend zu sehen. Wir haben jetzt hier auch wichtige Tagesmarken mitgenommen. Schauen wir mal nach oben hin. Ist jetzt noch ein bisschen Luft bis hier oben ran an das Top. Könnte noch einiges nach oben kommen. Und ansonsten im kurzfristigen Bereich so eine starke Bewegung nach oben fängt irgendwann auch mal mit einer Konsolidierung an. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die das Ganze eng beleuchten, nah dran sind, die können hier ganz gut und entspannt einfach mal schauen, wann dreht der Markt dann rum, wo dreht er rum. Und wenn er rumdreht, vielleicht ein kleines Stück nach unten auch abschneiden. Vielleicht wird dann auch mehr draus. Man weiß es nicht. Deswegen hier im kurzfristigen Bereich das Ganze wirklich immer mit auf der Uhr haben. Aber bitte, ich sage an dieser Stelle immer, nehmt dem Markt nichts vorweg. Das kostet in aller Regel nur Geld in der größten Anzahl der Trades. Sondern wartet einfach, bis da ein Umkehrmuster kommt in kleinen Bereichen. Dann kann man hier eine kleine Gegenbewegung traden. Und wenn dann dem Trader das Glück auch ein bisschen hold ist und der Markt sich sagt, tschüt, das war zu viel gestern. Wir gehen mal ein bisschen tiefer in die korrektive Phase rein. So what? Dann haben wir es. Und dann läuft das Ganze auch mit Blick nach oben. Also, wie schon gesagt, da könnte was gehen als Gegenreaktion. Die Fahnenstange, wenn sie mal korrigiert. Und wenn nicht, dann läuft es halt weiter. Das an dieser Stelle auf alle Fälle. Joa, gut. Holger. Genau. Naja, der Tag ist heiß geworden. Aber erst am Abend. Da war ich nicht mehr mit den Augen live an den Märkten dran. Irgendwann ist die Zeit auch zu Ende. Und von der Seite her. Aber klasse, was da gelaufen ist. Das war genau, wie du das vorausgesagt hast. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Handelsideen für den heutigen Tag auch rein. Übrig von meinen drei Grundideen sind noch britischer Fund, japanischer Yen und Euro. Kann Dollar. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem britischen Fund, japanischen Yen an. Ich ziehe den Markt mal rein hier. Britisches Fund, japanisches Yen. Da haben wir es. Und da passiert jetzt mittlerweile genau das, was wir vor ein paar Tagen miteinander besprochen hatten. Wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt hier passiert. Grundlegend sehen wir hier einen Markt. Wie ich habe es hier eingezeichnet. Dieser starke Spike nach unten. Alles Geschichte. Alles negiert. Mittlerweile hier haben wir einen schönen Aufwärtstrend laufen. Und dieser Aufwärtstrend, wenn er sich denn fortsetzt, hat natürlich auf die Oberseite auch das Potenzial, sich fortzusetzen. Das heißt, im kurzfristigen Bereich, wenn es hier zum Bruch nach oben kommt, also wenn wir tatsächlich aus dem Korrekturkanal ausbrechen, dann haben wir hier im ganz kurzfristigen Bereich natürlich das, wo viele drauf Wert legen im Kurzfristbereich, die Tageshochs liegen. Aber auf Trendsicht natürlich hier oben das Trend hoch um die Marke von 144,840 und danach den Widerstand hier oben bei 145,8. Das sind mal Marken auf der Oberseite, wo wir dann doch gutes Potenzial haben. Wenn der Markt bis hier ran läuft, ist ordentlich Potenzial da. Läuft er drüber hinaus natürlich an der Stelle auch noch ganz weit geblickt, wenn es tatsächlich deutlich nach oben gehen sollte. Hier oben dieser Hochbereich. Das beleuchten wir aber ein anderes Mal. Das soll nicht Thema für heute sein. Für heute ist das Thema, wie geht es denn hier weiter? Weil der kann ja auch weiter nach unten korrigieren, der Markt. Rein aus technischer Sicht logischerweise unten bis zum Korrektur tief erst einmal, ohne dieses bullische Bild, was wir hier aktuell haben, kaputt zu machen. Das heißt, da ist Potenzial nach unten hin da, wenn der Markt auch weiter läuft. Wir sehen aber hier, wo er gerade auch steht, hier an dieser kleinen Zacke unten. Ich mache das mal kurz groß. Hier haben wir diese kleine Tageskerze. Also das war so in der Stunde der Schwung nach unten. Und das ist dann auch immer interessant, wenn man den Weg nach unten so ein Stück begleitet, kann man halt auch gut lesen, was da los ist. Und wir befinden uns, wenn wir das Ganze mal, ja, wie soll ich sagen, in der Stunde auch betrachten. Da sehen wir hier momentan die Ausbildung von so einem leichten Boden. Und wenn das Ganze natürlich hält, dann haben wir alle Chancen, hier auch rumzudrehen. Und mit Blick auf die Historie sehen wir halt hier, das war ein Swing Low in diesem Aufwärtstrend. Und da ist das, was wir gerade auch sehen, wo man auch in den kleinen Zeiteinheiten erkennen kann, da sind Supportbereiche. Und diese Supportbereiche helfen auch hier, den Markt auch manchmal aufzuhalten. Das heißt, wenn es hier entsprechend auch weitergeht, der Korrekturkanal ist hier da. Wenn es hier oben rüber läuft und der Abwärtstrend entsprechend auch gebrochen wird, den wir hier im großen Bild haben, man sieht ihn ja recht gut. Ich zeichne ihn mal ganz kurz ein. Halt, das ist die falsche Farbe. Wir wollen hier abwärts, das heißt von der Seite her Kontext rot, weil es läuft ja nicht in die Richtung der grünen Geschichte übergeordnet. Dann haben wir hier, schaut euch das mal an Bewegung. Das ist die Korrektur. Dann haben wir hier wieder die Bewegung nach unten gehabt. Und jetzt läuft hier so ein Boden weg. Und der markante Bereich hier ist natürlich der und da ist das erste Indiz, wenn wir tatsächlich dort in diese Richtung auch ranlaufen. Hier haben wir ja leicht tiefere Tiefs nochmal gemacht. Das ist dann das Thema, was hier an dieser Stelle dann diesen Abwärtstrend brechen würde. Und dann hätten wir das Ausbruchssignal für den Thema auf der Tagesbasis. Und das können wir dann mit Blick auf die Oberseite des Charts entsprechend ganz gut mit zum Entwickeln von Handelsideen nutzen. Ansonsten, wenn es bricht, wir haben hier noch die Anlaufbereiche nach unten. Ein paar kleine, leichte Punkte sind hier da. Wie schon gesagt, der Support hier unten um die 1,40625. Der sollte entsprechend halten, damit der große Trend hier, was wir in der Stunde als großen Trend sehen, beziehungsweise das ist ja der aktuelle Trend auf Tagesbasis, dass das Ganze hier zum Halten kommt. Schauen wir mal, was passiert. Sehr interessant auf alle Fälle, wie die Korrektur an dieser Stelle hier auch verläuft. Gut, dann schauen wir in den zweiten Währungspart jetzt noch als Handelsidee rein. Und zwar Euro kanadischer Dollar. Einmal hier, einmal im Tagesschat, einmal mit Blick auf einen Markt, der Abwärtsdruck verspürt. Abwärtsdruck, warum? Hier oben, wir sehen es, massiver Schub nach unten. Das Ganze auch trendig. Hier unten jetzt ein Support um die Marke von 1,506 in etwa. Da hat der Markt jetzt hier schon ein paar Mal gedreht, immer ein paar Mal raufgelaufen. Aber wir sehen halt, auf der Oberseite hat der Markt auch immer früher angefangen zu verkaufen. Damit sehen wir, der Druck, der kommt so ein bisschen von der Oberseite. Steffen, guten Morgen. Oberseitendruck heißt, es könnte passieren, dass sich diese Dynamik, die von hier oben kommt, einfach fortsetzt. Sprich, hier unten drunter, unter dieser Marke drauf. Was haben wir dann als Ansatzpunkte hier im mittelfristigen Bereich? Wo sind Marken, an denen der Markt schon mal visuell tatsächlich auch angehalten hat? Das haben wir hier unten in dem Bereich von 1,49726 beziehungsweise hier haben wir um die Marke von 1,4915 auch Werte gehabt, wo wir reingelaufen sind und dann auch deutlich mit nach oben abgestochen haben. Also das zur Unterseite, wenn der Markt hier runterläuft. Dieses Tingeltangel hier. Natürlich gibt das für kurzfristige Trader auch immer wieder die Möglichkeit reinzugehen. Mit Blick auch auf diese abfallende Trendlinie hier an dieser Stelle. Da geht es natürlich auch immer darum, läuft der Markt dran, dreht da rum, kann man im kurzfristigen Bereich hier unten natürlich auch gleich auf die Richtung der fallenden Kurse gehen. Kommt allerdings dazu, dass der Markt mal nach oben schießt, hier über dieses Tageshoch drüber, dann könnte es kurzfristig Dynamik geben in die Tageshochs hier oben hin um die 1,52245 beziehungsweise weiter gesehen. Wir haben hier noch ein paar liegen. Das sind Dinge, die können wir hier auch für kurzfristige Trades nach oben natürlich mit möglicherweise als Anlaufpunkte sehen. Wenn man mal schaut, wo hier Spikes gewesen sind, die vom Markt sozusagen im Trendverlauf als Korrektur hoch gesehen werden könnten, dann müssen wir hier oben natürlich über diesen Punkt von der Marke von 1,53, 0,62 mit rangehen. Übrigens diese Tageshochs, die hier liegen, die werden, sag ich mal, gut und gerne von Tradern auch beachtet. Aber die höchste Relevanz haben natürlich zeitnahe Tageshochs und deswegen schaut man ja gerne auch auf das Vortageshoch. Je älter diese Tageshochs werden, je weniger Bewegung beziehungsweise je weniger Bedeutung haben diese Punkte. Das ist in der Regel so, aber sie sind halt da. Man kann sie beachten und die finden vom Markt halt auch häufig Beachtung. Deswegen kann man mal auch schauen, was an diesen Stellen hier natürlich auch bewegt werden kann. Gut, damit also genug zum Euro-Kan-Dollar. Jetzt schaue ich mal eben noch in die Chats hinein, ob ich Fragen habe. Holger, britisches Fund, Schweizer Franken, bitte, danke. Mache ich natürlich gerne. Gleich mal rein in den Tageschat. Britisches Fund, Schweizer Franken. Muss ich etwas runterscrollen. Da ist er. Zack, einmal rüber. Jupp. Ja, das sieht natürlich auch wieder klasse aus. Eine wahnsinnig schöne Aufwärtsbewegung hier. Fahnenstangen, kurze Korrektur, Schub nach oben. Also der Markt hat hier mal kurz Luft geholt. Jetzt ist natürlich wieder interessant. Holger, wenn du fragst, kriegen wir immer sehr, sehr schöne Kanäle angezeigt. Das ist gut und interessant. Was sehen wir hier? Wir sehen hier mit Blick in diesen Markt natürlich erst einmal, dass dieser Markt sehr, sehr, sehr weit gelaufen ist. Hier in den Schub nach oben. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis angucken, sehen wir das auch. Wir haben hier sozusagen 1, 2, 3, 4 Handelswochen im Stück nach oben. Und da ist es interessant, wo hat der Markt denn angehalten? Wo hat der Markt erst einmal umgedreht, um Luft zu holen? Und das ist hier oben dieser Top-Bereich von diesem markanten Swing High, was wir hier oben gehabt haben, bevor der Markt wieder rumgedreht ist. Das heißt, hier oben ist so ein bisschen ein Widerstandsbereich. Das ist natürlich das, wo der Markt hier herangelaufen ist. Und das ist auch eine Marke, wo der Markt in der Woche hoch runtergelaufen ist. Und wir sehen allerdings wieder das Zurücklaufen hier an dieser Stelle. Das ist das, was wir entsprechend auf der Seite auch im Tagesschart sehen. Das heißt, hier haben wir die Korrektur gesehen und jetzt lief der Markt hier schon wieder oben an der Stelle. Bleibt es jetzt natürlich sehr, sehr spannend. Wie macht der Markt hier an dieser Stelle weiter? Weil wenn dieser Bereich hier oben getroffen wird, beziehungsweise rausgenommen wird, dann hat das natürlich eine relativ hohe Relevanz für die Signallage. Das heißt, wenn wir aus dieser Korrektur herauskommen, jetzt einfach mal um ein Setup zu bilden und der Markt hier diesen Widerstandsbereich überschreitet, das heißt, hier drüben über die Marke von ungefähr, ich lege es jetzt mal knapp oben dran, also bitte nicht auf die letzte Kommastelle oder Nachkommastelle. Wenn wir hier über dieses Furt bei 1.3173 drüber laufen, dann haben wir im mittelfristigen Blick hin zur rechten Chartseite hier drüben den Bereich um die Marke 1.326 als nächsten Anlaufpunkt. Das ist der nächste Widerstandsbereich hier oben an dieser Stelle. Heißt also, aufpassen, was hier passiert. Und wenn wir hier tatsächlich Long-Umkehr-Muster bekommen, warum nicht traden? Die Chancen nach oben sind auf alle Fälle da. Das sieht man jetzt immer auch im kurzfristigen Bereich, wer sich sagt, ich will jetzt von hier aus mal nach oben traden mit Blick in die Stunde. Diejenigen, die den mittelfristigen Bereich, also auf Tagesbasis nach oben traden würden, da wäre ich momentan in der Stunde noch ein ganz kleines bisschen vorsichtig, wenn wir hier sozusagen mit Relevanzen traden, hier weit, weit, weit nach oben zu laufen. Das heißt, wenn man jetzt den Stundentrend als Relevanz nimmt und dann die 5 Minuten in die Stunde tradet, weil der Abwärtstrend auf Stundenbasis in der Stunde sozusagen beendet wurde, ich gehe gleich mal in die Stunde rein, das heißt, hier haben wir jetzt diesen laufenden Abwärtstrend. Der ist jetzt einfach nur in seiner Korrektur. Hier oben hat er seinen Peak gehabt, das ist halt immer so ein bisschen blöde, weil die Peaks so weit oben hier auch zusammengelegen sind. Aber warten wir mal ab, hier könnte sich jetzt untergeordneten Aufwärtstrend bilden, aber die Signallage, und das ist das, was ich meine, wenn wir jetzt in den Tag rein traden, also Stunde in den Tag, da wäre ich noch ein kleines bisschen vorsichtig, von der Relevanz die Ziele zu weit wegzulegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und ich sage, okay, ich gehe hier oben raus, dann ist das für mich jetzt von der zeitlichen Relevanz völlig okay. Aber wenn ich sage, ich will jetzt hier reingehen von meiner Position und sage, ich möchte in den Tagesschart hoch auf die nächsten Widerstandsbereiche traden, das könnte hier an dieser Stelle unter Umständen schief gehen, weil wir noch ein bisschen früh dran sind. Das heißt, da wären fünf Minuten in die Stunde ein bisschen, sag ich mal, ungeeignet, weil so lange, wie das Ding hier noch nicht rausgenommen worden ist, ist einfach hier das Risiko relativ hoch. Aber nichtsdestotrotz, die Chance ist entsprechend ja auch da. Was wir hier momentan sehen, ist halt die Korrektur dieses Abwärtstrends. Und da müssen wir erst mal warten, was hier nach oben passiert. Das heißt, auf Tagesbasis haben wir hier noch keine Umkehr. Warum? Wir bewegen uns, wenn wir uns hier in den Tag das Ganze mal anschauen, wir bewegen uns innerhalb einer Außenkerze hier. Hier haben wir eine Außenkerze, hier ist natürlich noch eine. Also das ist verschachtelt ineinander und das sind halt die Marken, die wir hier oben drinnen haben, die wichtigen Punkte. Heißt also, was möchte ich hier erwarten? Ich meine, wenn der Markt jetzt direkt wieder nach oben schiebt, im kurzfristigen Bereich, ist das natürlich definitiv ein Zeichen von Stärke. Dann kann es hier drüber rausgehen und den Markt nach oben schieben. Das ist das eine. Kriegen wir einen Korrekturkanal nach unten, dann gibt uns die Stunde die Chance, dann wirklich von unten raus reinzudrehen. Und wenn die Stunde dann rumdreht, aus einer etwas tieferen Korrektur, weil momentan ist halt auch von der Korrekturseite her technisch gesehen auch Potenzial nach unten da. Im mittelfristigen Bereich würde ich die Signallage erstmal abwarten, was hier bei dieser Kerze passiert. Und das ist halt dann immer so der kleine Nachteil aus flachen Korrekturen heraus. Gerade wenn wir Kerzen mit solchen Spikes sind, da kommt man halt, wenn man wirklich auf ordentliche Signallagen warten möchte, manchmal erst relativ spät in den Trade rein. So what? Das müssen wir als Händler sehen. Oder aber man geht das Risk und versucht hier unten etwas zu erwischen, sich eng abzusichern und im blödesten Fall dann tiefer nochmal einzusteigen. Die Chance nach oben ist auf alle Fälle da. Mit Blick auf Korrektur. Was gibt es als Korrekturpotenzial nach unten noch? Hier mit Blick auf das, was im Tagesschart geschehen ist. Natürlich Anlaufbereich hier das Ausbruchslevel, also ein Wert, der immer mal gerne angelaufen wird. Und dann rein aus technischer Natur könnte der Markt natürlich noch bis hier runter korrigieren. Also für die Tradeplanung haben wir hier einige schöne Marken, wo es reingehen könnte. Spannend bleibt hier, was wird in dieser Kerze? Gibt es hier einen Ausbruch auf die Oberseite? Das wäre interessant. Das wäre erstmal ein temporares Zeichen von Stärke. Und wenn wir das Ding dann hier oben wuppen, dann haben wir echt die Chance, hier dieses Hoch rauszunehmen um die 1,31,7. Und danach hier weiter hochzulaufen auf den Markt, den ich hier oben beziffert habe mit der Marke um die 1,32,654. Das mein Blick in britisches Fund Schweizer Franken. Gerne und damit keine weiteren Fragen. Alles klar. Dann sage ich danke für die Zeit. Und morgen geht es dann weiter mit den Handelsideen. Morgen schauen wir auch auf die große Wochenplanung der Nachrichten für die kommende Woche. Und dann schauen wir selbstverständlich auf die großen Charts, der großen Indizes. Und ich hatte es ja gestern auch avisiert, im edukativen Bereich schauen wir mal, wie so ein Währungstrade denn wirklich funktioniert. Weil das ist jetzt nicht nur Kaufen und Verkaufen. Das ist das, was wir sehen. Im Hintergrund passiert ein bisschen was. Da gibt es ein paar Informationen, die wir als Trader dazu nutzen können, auch mal Preisvergleiche zu machen. Wir wollen ja als Trader auch bei guten Brokern arbeiten, weil das ist ein tolles Werkzeug, wenn man einen guten Broker hat, wie wir den hier bei Tickmill auch haben. Da gucken wir morgen mal rein, wie wir das Ganze anstellen, das Währungstrading gut und gerne von der Pike auf zu verstehen. Das machen wir morgen in diesem Sinne. Allen einen tollen Tag und bis morgen. Tschüss, euer, ihr, Mike Seidel. Tschüss.